Ei, gute Wii! Demnetzt hatten wir eine Reaction auf Shooter-Gott mit gefloppten Konsolen. Und jetzt gibt's bei Shizuya gescheiterte Konsolen, die nie bei uns erschienen sind. Okay, erfahren wir noch ein bisschen mehr zu der Thematik, ne? Vielleicht gibt's Überschneidungen, aber vielleicht lernen wir noch was Neues. Deswegen gucken wir mal! Videospielkonsolen gibt es jetzt mittlerweile seit über 50 Jahren und in der Zeit gab es einige, die unglaublich erfolgreich geworden sind. Die PS2 oder die PS4, die Xbox 360, der DS, die Wii oder die Nintendo Switch sind nur ein paar davon und diese drei Firmen sind bis heute auch immer noch ziemlich erfolgreich. Aber neben diesen erfolgreichen... Es hat sich in den letzten 20 Jahren so festgesetzt, ne? Das war... War früher nicht so. ...Konsolen gab es natürlich auch Konsolen, die so schlecht oder komisch waren, dass sie es nicht mal bis zu uns nach Europa geschafft haben und Firmen, die danach nie wieder eine Konsole rausgebracht haben. Ist doch auch logisch. Hierzulande mit mehr Sprachen und so weiter. Gerade in den USA erreichst du eine relativ große potenzielle Käuferschaft. Nur auf Englisch. In einem Rahmen. Deswegen, das macht schon Sinn. Wie zum Beispiel Apple. Apple Pippin. In diesem Video schauen wir uns also fünf von diesen gescheiterten und komischen Konsolen an, die es nie zu uns nach Europa geschafft haben. Da bin ich gespannt. Und die gefühlt keiner kennt. Apple Pippin. Ach ja, dieses Video wird übrigens glücklicherweise von World of Warships unterstützt. World of Warships ist ein taktischer Free-to-Play-Shooter, in dem man mit über 650 Schiffen aus 13 Nationen gegen andere Teams antreten kann. Und dafür hat man mehrere Schiffsklassen zur Auswahl. Hier gibt es nämlich Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiffe, Träger und sogar U-Boote. Alle Schiffe im Spiel sind hier bei realen Schiffen, aus dem 20. Jahrhundert nachempfunden. Und das finde ich ziemlich cool. Aber wenn ich für jede... Auf den unzähligen Maps wechseln ab und zu übrigens auch die Wetterbedingungen, die dann im Endeffekt das Gameplay verändern. Wenn ich für jedes Placement, das ich auf dem Google-Memma-Kanal mit angeschaut habe, durch euch, die ihr das Video hier anschaut, noch ein bisschen Provision bekommen würde, ich wäre reich! Wenn euch das alles anspricht, ...bekommt ein exklusives Starter-Paket im Wert von 25 Euro dazu. Aber man... Man skippt keine Placements, Leute. Gönnt die. Mit der Gamecube wollte sich Nintendo 2001... ...dem Gamecube... ...an die Spitze der Konsolenhersteller katapultieren, was aber echt nicht so gut geklappt hat. Mit nur etwas mehr als 21 Millionen Verkäufen blieb die Gamecube schon immer hinter allen... ...der Gamecube. Wie ein Nintendo wollte sich an die Spitze katapultieren. Ja gut, ne? Ist das Ziel am Ende, oder? ...die anderen Konsolen zurück und das hatte mehrere Gründe. Die Konkurrenz war zum einen einfach zu stark und zu gut, vor allem, weil fast niemand für die Gamecube entwickeln wollte und... ...den Gamecube? Ähm... Fast niemand? Nö. War deutlich besser als auch von Nintendo 64. Das hatte diese Krankheit. Ähm... Ja... Zu stark und zu gut, das stimmt nicht. Äh... Gamecube und Xbox sind beide deutlich besser als die PS2 von der Leistung her. Also auch Spiele, die multiplattformmäßig geportet wurden, stinkt die PS2-Version fast immer ab. So wie heutzutage die Switch, das ein Hintertreffen hat, im Vergleich zu Xbox und Playstation. Und diese Konsole hatte auch keinen DVD-Player. Ja, das war damals tatsächlich wichtig, da die Konkurrenzprodukte PS2 und die Xbox das zu der Zeit hatten. Und das war quasi so der heiße Scheiß damals. Deshalb dachte sich Nintendo... Ja... Aber auf der ersten Xbox musstest du extra noch so ein Kit kaufen. Das war eigentlich... Da musstest du so einen Controller-Steckplatz belegen. Das habe ich bis heute an meiner Xbox. Ähm... Controller-Port 4 zum Beispiel. Und du hast eine Fernbedienung bekommen. Erst dann konntest du auch wirklich DVDs einlegen in deine Xbox. Eigentlich nur wegen der Fernbedienung, ne? Weil das nicht so... Hä? Man bedient ja auch auf einer PS4, das ist mit dem Controller. Will auch sein. Und die PS2 hat davon profitiert, war halt ein Multiplattform-Gerät. Viele haben auch gar keinen DVD-Player sich zugelegt, sondern... Da hat es gereicht, eine PS2 zu haben. Und ja, das hat sich rumgesprochen. Das waren natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Nur so... Yo, was ist, wenn wir einfach eine zweite Gamecube-Version rausbringen, die ein DVD-Laufwerk hat? Ich weiß, worauf er aus will. Ich weiß, worauf er aus will. Das war aber nicht Nintendos beschrieben. Das war Panasonic. Aber da unten steht es ja schon. Guter Point. Nee, in der Endzone lagen dann auch VHS-Kassetten bei. Die wir uns mal angeguckt haben. Und ja, damit war der Panasonic Q geboren, der wenige Monate später exklusiv in Japan rauskam. Was ein geiles Teil. Ich wollte es schon damals haben. Nicht wegen der DVD-Player, weil er einfach so scharf aussieht, Mann. Ja, den gab es bei uns nicht. Der ist so viel größer, das wusste ich nicht mal. Es ist halt eine Gamecube, aber... Ein Gamecuber in Weird und nicht von Nintendo, sondern von Panasonic. Ehrlich, keine Ahnung, was dieser random Bildschirm dort soll. Es sieht meiner Ansicht nach ehrlich nicht gut aus. Das ist wie so ein altes Radio, ne? Ich habe auch so ein... Inzwischen ist es längst eingebottet, aber ich hatte es vor zehn Jahren noch in der Küche stehen. So ein Radio mit so einem kleinen Display, wo dann auch steht... Weiß nicht... Track 2 oder so. Du bist bei eine Minute 20. So Sachen. Aber ja, im Endeffekt ist es einfach nur eine Gamecube in einem DVD-Player. Das Ganze hat damals fast 40.000 Yen, also heutzutage um die 230 Euro gekostet. Ja, geil. Und das war den meisten einfach zu teuer. Mit weniger als 100.000 Verkäufen war der Panasonic Q also ein absoluter Fehlschlag und wurde zwei Jahre nach Release... Und heute ist ein Sammlerstück. Viele haben das, viele holen sich das, so wie ein Virtual Boy. Ich hätte ihn auch unfassbar gerne. Einfach nur, ich will einfach... Gib mir das. Ist auch wieder eingestellt. Es gab halt fast nichts Besonderes. Na schau. Man brauchte diese Konsole auch einfach nicht, wenn man schon einen anderen DVD-Player hatte. Ich glaube, ich hätte sie auch nicht gekauft. Okay. Die nächste Konsole ist... Ich halt auch nicht, ne? Wer Gamecube haben wollte, der hatte schon ein Gamecube. Das schien ja erst später mit der Zeit. Was ist das? Ist das Apple Püppin? Interessant. Nee, ist es nicht. Ich höre mal dahinter, genau. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Der Controller sieht anders aus. Hm, was ist das? Bandai? Also. Ich frage euch jetzt mal eine Sache. Welche Produkte habt ihr im Kopf, wenn ihr an die Firma K... Okay, das ist uralt. Das ist Texas Instruments. Ey, das ist uralte Konsole. Das ist ja wohl hier 70er oder so. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, weil das interessiert mich wirklich. Ja, die Karsio-Taschenrechner. Weißt du, was habe ich zum Ende als Schulzeit? Und ich bin seit 2005, habe ich meine mittlere Reife. Ich habe den immer noch. Freunde, ich habe den noch. Das ist staubig. Scheiße. Der aus meiner Schulzeit. Ich dachte, warum wegwerfen? Und der geht. Das ist halt geil. Und das TI oben steht für Texas Instruments. Ach, da unten in der Mitte zwischen den beiden Bildschirmen steht es ja auch. Texas Instruments. Und da habe ich schon mit dem Ding in meiner Schule gesagt. Moment, bei Casio? Casio? In meiner Schule habe ich dann auch schon gesagt, guck mal, die haben früher sogar Videospielkonsolen gemacht. Oder eine Videospielkonsole. Und, äh, sehen wir die jetzt wirklich? Ich persönlich habe bei Casio hauptsächlich ihre Taschenrechner im Kopf. Und damals habe ich sogar so eine Uhr gerockt. Yeah! Aber neben Taschenrechnern und Uhren hat Casio noch tausend andere Dinge gemacht. Von Instrumenten bis hin zu Barcode-Scannern, Kameras, Kassensystemen oder medizinischen Produkten ist da eigentlich alles dabei. Und ja, mit Videospielkonsolen haben sie es auch mal versucht. 1995 kam nämlich das Casio Lupi oder auch MySeal Computer SV ein. Texas Instruments Game Console. Wie gesagt, es war ein uraltes Ding. Ja, mit so Atari-mäßigen. Äh, ja, Joysticks. Casio denke ich an den Taschenrechner, das ist wahr. Aber das war überhaupt, die gehörte nicht zusammen, ne? Ich dachte. Das ist ja eine verrückte Welt hier. Das ist ja eine verrückte Welt, so Markus. Das hat sich sogar reinlegen lassen. 100, exklusiv in Japan raus. Und diese Konsole wurde als Konsole für Mädchen gebrandet. Das hier ist basically die Verpackung. Und für das Casio Lupi gibt es ganze 10 Spiele. Die Spiele sind für mich auch nicht so wirklich interessant, aber bestimmt ganz nett. Was aber tatsächlich cool ist, ist der eingebaute Farbdrucker. Man kann damit dann quasi Screenshots vom Game machen und sofort in Farbe ausdrucken lassen. Und das ist eigentlich echt krass. Mit dem Magical Shop Add-on, also dem da, kann man das Ganze by the way auch noch von externen Quellen, wie zum Beispiel Videorekordern machen. Für damals ist das Safe krass, aber sonst hat... Und das war 1995, die Grafik war ganz okay dafür. ...die Konsole echt nicht so viel zu bieten. Nur drei Jahre nach Release wurde die Konsole nämlich wieder eingestellt. Und seitdem hat Casio auch nie wieder eine Konsole rausgebracht. Drei Jahre? Warte. Wir haben ja eben schon über den Panasonic Q geredet. Und die nächste Konsole funktioniert ziemlich ähnlich, aber es... Ich hab schon gelesen. Ich seh's ja unten jetzt in der Zeitleiste. ...etwas krasser. Und das ist gut, weil ich darüber geredet hab das letzte Mal. 2003 hat Sony die PSX nämlich exklusiv in Japan rausgebracht und das ist quasi wie eine zweite PS2. Darin ist eine PS2 verbaut und man kann auch alle PS1 und PS2 Spiele spielen, aber man hat dazu eben noch einen Videorekorder. Das Ganze lässt sich anscheinend auch mit der Fernbedienung steuern und man kann Videos, Bilder und Audios auf der Konsole selbst editieren. Was? Das ist ja cool und so, aber wieso sollte man das machen? Es gab auch ganze neun Versionen der Konsole, wobei man zwischen der 160 GB oder der 250 GB Variante... Und ich weiß noch, wie das damals, ich will nicht sagen beworben wurde, aber es stand in den Videospielzeitschriften und war ein Ding, über das man reden musste. ...wann der entscheiden konnte... Aber nochmal, wieso eigentlich? Niemand würde sich doch eine Playstation-Konsole mit dem Gedanken kaufen, damit Videos aufzunehmen oder Videos, Audio oder Bilder zu bearbeiten, oder? Den meisten Leuten ging es halt eigentlich nur um die Games oder DVDs und das war's. Mit heutzutage 470 Euro für die 160 GB Variante und 588 Euro für die 250 GB Variante... Da haben wir das Problem doch schon gefunden, oder? Die waren damals halt ein bisschen größenwahnsinnig oder haben zumindest Optionen angeboten. Die haben zumindest geguckt, so... Was will der Massenmarkt eigentlich? Variante ist das auch definitiv zu teuer und da die Verkäufe niedrig waren, wurde die PSX zwei Jahre später eingestellt und kam auch nie außerhalb Japans raus. Tatsächlich hat auch Apple mal versucht, in den Videospielmarkt einzusteigen und deshalb brachen sie den Apple Pippin 1996 in Japan und in den USA raus. Das ist auch mit Bandai. Vermarktet und produziert wurde das Ganze übrigens von Bandai, die heutzutage als Bandai Namco zum Beispiel Tekken, Code Vein oder New Pokémon Snap entwickelt haben und eben auch immer noch unzählige andere erfolgreiche Spiele publishen. Der Apple Pippin dagegen war absolut nicht erfolgreich und das lag wahrscheinlich am gesamten Konzept der Konsole. Apple wollte die Konsole nämlich nie selbst vertreiben, sondern den Apple Pippin zum Standard machen, auf dem andere Firmen andere Konsolen entwickeln sollten. Ja, das hat halt nur Bandai gemacht und die Konsole als Bandai Admark vermarktet, aber auch das war nicht wirklich erfolgreich. Für 600 Dollar war diese Konsole für die damals schon veraltete Hardware einfach zu teuer und es gab auch fast keine Spiele. Deshalb wurde der Apple Pippin bzw. Bandai Admark ein Jahr später wieder vom Markt genommen und seitdem gab es auch keinen solchen Versuch. Aber jetzt habe ich das erstmal gerafft. Das war mir gar nicht klar. Ich weiß nicht, warum das immer eine Konsole war. Bandai Admark, Apple Pippin, die haben nur das Gerüst und da hätte Nintendo auch hingehen können und sagen können, ja gut, ich hätte auch gern ein Apple Pippin, das ist dann das Nintendo, Nintendo Jump Tempo. Ich weiß nicht. Apple, vielleicht kommt das ja in den nächsten Jahren, wer weiß. Die nächste Konsole wurde tatsächlich erst 2020 exklusiv in Japan veröffentlicht und das ist der Game Gear Micro von Sega. Diese Konsole ist wirklich klein. Game Gear, hä? Game Gear Micro habe ich mitbekommen und hätte man online, hätte ich bestellen können, aber ich dachte mir dann so, ach nee, wozu? Ne, das war dieser Hype um NES Mini, SNES Mini und da gab es auch das Sega Mega Drive Mini und so eine Playstation 1 Variante, die habe ich alle. Ähm, aber das da geht zu weit. Das hat's gekillt. Warum sollte man, der ist wirklich unglaublich winzig, warum sollte man da spielen? Der hat doch so eine Lupe gehabt, aber das nehmen wir bestimmt gleich. Und damit meine ich wirklich klein. So klein, dass es sogar ein Add-on dafür gibt, wo man durchschauen kann, damit man überhaupt richtig was erkennt. Weht. Ja, aber warum? Du musst ein Peripheriegerät, ein Zubehör entwickeln, damit das überhaupt funktioniert, obwohl du es gar nicht brauchst, weil die Spiele, erstens mal will eh keiner Game Gear Spiele spielen. Punkt 1. Die allermeisten Game Gear Spiele haben sogar auf den höheren Konsolen, wie Master System oder zumeist Sega Mega Drive, bessere Varianten. Und jetzt nicht nur im Sonic Bereich, egal ob das ein Probotector ist oder ein FIFA oder Jump'n'Run hier und da, Coulombs, was weiß ich, Lemmings, alles vom Game Gear gibt's auch im Besser auf dem Mega Drive. Es gibt gar keinen oder sehr wenige, ich kenne keine, exklusiven Game Gear Spiele, die es nirgendwo anders gibt, die ein Verkaufsargument von Game Gear haben. Und da gibt's noch weniger Gründe, das wieder spielen zu wollen. Und das wieder spielen zu wollen ist die eine Sache, aber dann gibt's noch, versteht ihr, warum, warum? ETF. Wenn du einen größeren Bildschirm willst, ja, nö, geht nicht, kauf dir halt dieses Ding, damit du da durchschauen kannst. Geil. Mann. Und das ist, das ist immer noch lange kein akzeptabler Bildschirm, by the way. Also da kaufst du lieber ein gebrauchtes Game Gear, aber selbst das, naja. Den Game Gear Micro gibt es in vier Ausführungen. Schwarz, Blau, Gelb und Rot. Da sind immer verschiedene Spiele drauf. Auf jeder Konsole gibt es dabei vier verschiedene Spiele, wie zum Beispiel Sonic the Hedgehog, Outrun, Puyo Puyo 2 und Royal Stone auf der schwarzen Version. Ja, keine Ahnung, es ist halt fast genauso wie bei den neuen Game & Watch Konsolen von Nintendo, wo man ja immer nur einsp... Dat kann man vergleichen fast schon, ja. ...spiel drauf hat und davon bin ich ehrlich kein Fan. Außerdem muss es sich echt nicht so geil beim Spielen anfühlen, weil alle Buttons und eben auch der Bildschirm so unfassbar klein sind. Ach ja, der Game Gear Micro kam übrigens zum 60. Geburtstag von Sega raus und hier gab's noch eine andere Mini-Konsole, die sogar bei uns rauskam und ehrlich besser ist. Der Astro City Mini hat nämlich ganz... Hätte ich jetzt nicht gewusst, ich hab überlegt, aber... ...37 Spiele und damit hat man dann quasi eine kleine Arcade-Maschine, die man einfach mitnehmen kann und das ist echt cool. Den würde... Weiß ich nicht mehr von. Also der Game Gear Micro habe ich gewusst, aber das... ...würde ich mir vielleicht sogar holen, aber der Game Gear Micro ist es irgendwie wirklich nicht und vier Jahre nach Release gibt es den ja auch immer noch nicht bei uns. Und ja, das waren 5 gescheiterte Konsolen, die nie bei uns erschienen sind. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch irgendeine Konsole gefehlt hat oder wie ihr die Konsolen im Video allgemein fandet. Seid ihr vielleicht sogar... Gizmondo, warum macht keiner ein Video zu meinem Gizmondo? Traurig darüber, dass irgendeine Konsole nicht bei uns rausgekommen ist? Sagt's mir gerne. Lasst doch gerne ein Abo da, damit ihr einen eventuellen zweiten Teil und weitere Themen nicht mehr verpasst. Ja, 64DD hätte ich mir damals gewünscht, aber hinterher betrachtet gab's dafür ja nix. Nee, es gab immer genug Konsolen. Ihr konntet mir eh nicht alle kaufen. Starkes Video, Shiso, ja? Vielen Dank. Werbung in die TV-Sendung rausschneiden. Ja. Ja, aber wer hat denn das ernsthaft gemacht? Mit einer Playstation X zu einer Zeit, als es halt abgelöst wurde. Wäre so ein Gerät in der Form in den 90ern erschienen, hätte es einen anderen Impact gehabt, als 2005 oder wann das war. HiFi-DVD-Player. Jawohl. Ja. 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 Casio. Ey, man, habt ihr noch von mir aus gelernt, von dem Texas Instruments von der Konsole. Wie gesagt, uralt. Game Boy Light. Ja, gut. Der kam auch nicht bei uns raus. Hast du recht. Da hast du recht. Ey, ich schwöre, wer sagt Gamecube falsch? Genau. Pro Bro. Den gebe ich dir. Ihr Lieben, das war's heute. Krass, ne? Was es alle für Konsolen gibt und gab. Bis zum nächsten Mal. Ein Däumchen würde mich freuen. Schaut bei Shiso ja vorbei. Bis zum nächsten Mal. Und gute.